ja mit weit wir sind drin jetzt möchte ich das video zeigen ja gut denn 3 2 1 und damit herzlich willkommen zu einer runde von rainbow 6 speech mit jenrik hallo jenrik ich hatte ehrlich gesagt auch einen fehler gemacht ich dachte dass er dass die zeit halt trotzdem weiter runter läuft habe ich kurz nicht nachgedacht wie gesagt ich kann das gerne aus meiner sicht zeigen aber er hat mich eine granate geworfen dies explodiert und dann ja aber ich ganz ehrlich ich habe es aber nicht richtig erkannt auf die entfernung jetzt einfach von links rechts kurz gelaufen und dann war er weg für mich dann habe ich gedacht er ist genau da durchgelaufen für mich sah es aus wenn er einfach da durchgelaufen wäre ich ja nicht weggelaufen ich war ja nicht umsonst so verwundert aber der sagt einfach nur sogar behind you ja und anstatt dass er immer sagt was er genau sagt er halt gar nichts weiter und dann flamte halt das statt man andere zu machen das ist halt auch mega nützlich wir sind so red der raum ist so tot also hier wird gefuse des todes mann ich gehe raus ganz ehrlich so weiter ohne einer ist oben am fenster da am fenster war der montagne der hing da oben in dieser großen halle weißt du da ist oben so zwei fenster der jäger ist gerade mehr so helfe bei mir ist irgendwas ja was soll ich da machen weil der wird verletzt der montagne kommt hier der steht da bei mir ach du scheiße danke der montagne steht hier immer noch der ist der montagne ja lass ihn uns einfach er muss hier rein ist egal das lohnt sich jetzt nicht gleich holt er die pistole raus ja ja es ist von klicken von uns er ist uns das Du musst nur den Medien helfen. Hauja! Alter, ich muss ihn gleich erstmal muten, mann. Geh durch, du weißt du, der ist verletzt. Du siehst das für eine halbe Sekunde dann, halt mir, halt mir, halt mir, halt mir, halt mir. Ja, ist halt wirklich so. Hey, man, die Gitarre spielen zu viert. Ausdurchsweise. Der wird zum Instant ab. Ich wollte gerade sagen, so schnell kann doch niemand auf das Ding klicken. Alles ein Script dafür Oh shit And we say goodbye Bye bye Oh man, ich find's echt ein bisschen schade, dass es bei diesem fucking Nimm mal bitte, bitte Dings Wie heißt der? Genau, der Ich find's echt ein bisschen schade, dass es bei dem Anderen Wichser hier, bei dem Setscher Dass es nur die Shotgun oder diese Drecks-LMG gibt Die einfach Dreifel deines Bildschirms einnimmt Und was ist mit der ganzen linken Waffe? Gibt's beim Setscher nicht Beim Setscher, ja, ich meine den Setscher halt Am Setscher gibt's halt uns zwei Und das ist halt ein bisschen schade, weil Den Setscher mag ich deswegen halt auch überhaupt nicht spielen Weil der irgendwie, in meiner Meinung nach, keine coole Waffe hat Doch, die Shotgun ist ganz gut Aber auf so einer Map hier ist es Ja, du weißt selber, wie es hier ist Mit einer Shotgun Die Räume sind mega weitläufig Wenn du eben nicht den Hetscher, den Lucky One Punch drückst Ja, dann ist das halt useless Boah, ich bin hier draußen, boah, ich bin draußen gejampt Das ist dein Ernst, ey Ich bin draußen auf der fucking Veranda gejampt, ey Pass auf, ich bin links von dir, Engel Es ist doch wahrscheinlich alles gejampt, das fuck, aber Soll ich jetzt mal seine Basis chillen, ey Der soll echt seine Basis chillen, ey Echt schlimm. Der Jack, der Jack kam hier. Und noch mal rein fusen. Jetzt wird's besser, nämlich das letztes Mal. Warum mehr denn? Ach so ist das. Hi. Noi, nice. Ja, was ist denn Null? Und du tötest einfach jemanden. Ah, der Junge. Ich hoffe, man sieht mein Kerl in irgendeiner Weise. Das sieht man eh nicht, oder? Ich hab nichts gemacht. Wow. Durch das Seil. Warum ist das, was ich gerissen habe, Erwin? Und losches Spiel. Uri Paul ist raus. Und losches Spiel. Geht gut, Junge. Ich hab zwei Runden lang nichts gemacht. Sick. Sieht man das an deinen Punkten? Ja. Null, null, null. Null, null. Null, null. Du bist einfach nicht da. Doch. Also dadurch, dass ich aufgemacht hab, hast du zwei Kills gemacht. Ja, stimmt. Aber ja, in der ersten Runde war ich nicht da. Aber ich stand da halt einfach so. Ich guck so und warte und warte. Ich denk mal so, der eine smogt. Okay, mal gucken. Irgendeiner guckt doch immer um die Ecke. Und dann kommt die Walküre einfach mit dem Kopf ins Fahnenkreuz. Und weg ist weg. Und dann guck ich da und ist einer immer so auf und ab gew... Das ist keine Antwort. Demittags. Dann wird immer einer so... Einer wippt immer so auf und ab. Und dann hab ich kurz gewartet. Und dann... Null, null, null. Null, null, null. Null, null, null. Ja. Who has the shotgun? Who has the shotgun? Right, I need one board. Just one board. And take the fucking shield away, because you can castle it. I was allowed or what? Take the shield away. Need to castle it. Alter, soll ich jetzt ernsthaft das Schild wegpacken, man? Nee, du bitte. Take the fucking shield away. We can castle it. Alter. Ich bin ein fucking idiot. Du bist schon alle Dings aufgebaut, du idiot, Mama. Ich hab mir gerade dazu entschieden, dass ich... dass du draußen bleibst. Tue Leute. die haben diesen einen raum geändert renn er hat geschrieben bock auf die stelle nummer in csg appell abkennen zu gehen ich bin jetzt diesen müll hier ich bin gar nicht voll safe in diesem raum über mir ist keine deckenplatte die eine seite ist mit einer panzerbarrikade zu die andere seite ist mit der panzerbarrikade zu und habe ich hier nur zwei fenster ich habe ein fenster und so du zu pushen wieder da oben was weißt du hier zum beispiel er hat gerade ein truppe hier gemacht man ja ich habe die runde nichts getan ist ein ernst merwin wie sieht es bei dir so aus ich habe jetzt drei runden nichts gemacht was da ist wieder der fuse pick wir spawnen alle zusammen jetzt kann ich wieder dem fuse wichser seine dingens da weg wichsen seine thatcher dinge da ich habe nur deswegen habe ich schon lust das kaputt zu machen wenn er so einfach so ein penetranter kothaufen ist ey lass uns mal ich glaube ich werde hier mit 0 0 0 rausgehen wow ich fahre unter so einer panzerplatte her ne ich fahre drunter her und sehe auf der andere seite wie der jammer geplatziert wird du kannst ja auch nicht mehr drüber springen ne das funktioniert irgendwie gar nicht mehr mittlerweile weil die reichweite ist wie total komisch groß mittlerweile wirst du einfach gejampt obwohl du einfach 6 km außerhalb bist wow hey Alter soll man so eine basis reloaden ey die Leute auf den Sack in diesem Spiel Nein! Ich bin vom Dach gefallen. Oh, mehr wie ein Pads. Achso. Er wollte gerade schon reinfusen, da habe ich gedacht. Ja, keine Reaktion, okay. Mit F. Mehr als in Macht, Mama, was ich das noch erleben darf. Ich bin einfach vom Dach gefallen, ey. Besser hinten durch, jetzt gerade auch durch. Krieg ich den mal, ey. Wer hat mir denn nicht mal gegönnt, ey. Ich wollte dich noch mit ner Dinges ab... Vor allem das Geil... ja. Das ist... Ich versteh's ja so, wie ich jetzt den Kellig bekommen hab. Weil ich hab auf ihn geschossen, du hast ja die Geräusche von der Pistole gehört. Ja. Dann sagen wir mal, wir bedanken uns fürs Zusehen. Mervin hat eine Runde voller Nichtstun hinter sich gehabt. Ich meine, er hat nicht viel getan, aber... RIP. Boah, jetzt wird das Punkte-Dinge nicht mal gezeigt. Er ist trotzdem nicht letzter. Obwohl er drei Runden nichts getan hat. Hat er in der vierten mehr Punkte geholt als der letzte. Willst du... Bin ich einmal gestorben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.